Das nachfolgende Video ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Der einzige Grund, warum wir dieses Stativ benutzen, ist, weil man es auf 3 Meter hochschrauben kann, wie ihr es auf unserer Facebook-Page wahrscheinlich schon gesehen habt. Und es hat eine vergleichsweise flüssige Bewegung im Kopf. Danke fürs Zuschauen. Like mal jetzt.